Immer dauert das so lange. Manche Leute müssen morgen arbeiten. Wir haben nichts Zeit hier ewig zu warten. Ja, wie schon gesagt. Letztes Gefecht für mich heute. Ja, für mich auch. Obwohl es mega Spaß macht. Ich habe gestern schon gesagt, also nicht, dass es in der Forschung keinen Spaß macht. In der Forschung gibt es für mich jetzt einfach zu wenig zu tun. Und hier kann ich noch ein bisschen lernen. Weißt du, dieser Lerneffekt ist halt das, was ein bisschen motiviert macht. Ein bisschen, sagt er. Ein bisschen lernen. Wohin denn? Wir müssen zu A, wir können aber über die Mitte fahren, wenn ihr Bock habt. Oder wir fahren stark zu A. Wir fahren stark zu A. Wir fahren stark zu A. Das machen wir natürlich rechts. Das ist ein Asi direkt voraus in die Stadt. Wie heißt das Loch hier, in dem wir kämpfen? Tunesien. Tunesien. Wüste. Und Star Wars. Da war die Brücke, oder? Ja. Ja. Oh, hier mit allen Lama-Arsching-Chihis. Ja, das sind halt noch Bock. Das hier, die Wüstensturm im Wüstenflugsturm. Hast du schon mal jemals einen Japaner in der Wüste gesehen mit Hansa? Ehe nicht. Die Japaner? Ja gut, die Wüste haben sie nicht. Aber in der Mandur-Churay gibt es auch so lange Stadten. Da haben sie. Der Waffenbruder. Heeeey. Ein deutscher Flieger weiß, kann nicht blinken, wenn er abliegt, ey. Ich bin auf der Abtstraße, wenn ich nicht will. Ich bin auf der Abtstraße, wenn ich nicht will. Ich bin auf der Abtstraße, wenn ich nicht will. Ich bin auf der Abtstraße, wenn ich nicht will. Wenn der Kommandant anstand hätte, wird er oben rausgekommen und kurz die Hand rechts raus, ne? Naja, sind wir denn nicht bei den Russen? Das finde ich gut, dass Prime ist am Sturm und vorauskommt. Das ist nämlich der Tänk hier. Naja. Ist da nicht falsch? Nein, nein, das ist der andere da. Oh Gott. Da gehen sie alle hier rum, heißt es? Oh Gott. Ich werde so sterben, wenn ich hier durchfahre. Da haben wir auch einer. Brian deckt uns. Brian deckt uns. Oh Gott. Oh Gott. Was, was, was ist da? Oh Gott, die ebmen da den ganzen Scheiß Block rein. Oh Gott, die ebmen da den ganzen Scheiß Block rein. Schossen, von links, von links. Von rechts, von rechts, mach ich von rechts, gut. Gnasi, von rechts. Ja, ich muss reparieren. Ich repariere dich. Ey, was macht ihr denn da? Das ist mega gefährlich, wo ihr hier steht, ne? Ich stehe neben einem Haus, hallo. Charki steht nicht neben meinem Haus. Da habe ich auch was von rechts auf mich geschossen, Alter. Ich habe dich repariert. Danke, danke. Wo sind wir da schießen? Ach, da ist einer. Da ist einer. Ich habe ihn gesehen. Du prime mich weiter von vorne. Bei der ist er. Oder, genau. Ach, jetzt habe ich voll ihn... Nein! Von links, ein M3. Also 135 Grad. Ja, 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 ja. Bist du tot? Ich lebe noch, ich lebe. Ich habe ihn kritisch. Mein Kanone ist hin. Aber einen. Der Kühe hat meinen Mund geschluckt, oder was? Der Mutter hat meinen Mund geschluckt. Da. G-Master Scharki deckt doch die linke Seite, ich decke die rechte Seite. Was hältst du davon, G-Master? Schatz! Was schießt er auf mich? Was zur Hölle? Ich sehe einen, der ist auf 138 in der Seitenstraße. Nase links, 138 Seitenstrasse. Wer schießt auf mich? Oh Gott. Ich bin halbwegs doch angetragen. Äh, 170, 170. Alter, wer ist denn da hinter mir, du kleiner Ficker? Piss dich. Ich bin da oben. Was für ein Asi, Alter, ey. Piss dich doch, du Spass. Leute, 160, 150, 170. Ach Gott im Himmel, ich hab die Scheisskanonen nicht hochgekriegt. Ich bin nämlich nach vorne gefahren, aber ich hab sie nicht hochgekriegt. Danke Rostock, Hannover. Ich weiß nicht, warum das heute nicht funktioniert. Puh. Ich glaube, ich muss reparieren. Hätt es funktioniert, hätte ich ihn noch rausgekriegt. Mein Nachteil gerade, ich muss es reparieren. Nein, also nein, ich hätte es rangesoomt beim Fahrrad. Ja, fick dich doch gut. Klar, bin wir wieder unterwegs. Wir müssen ihn anholen, warum können wir das nicht erobern? Ja, weil... Nein, wir müssen super Buse haben. Ich umfahre sie jetzt ganz außen. Ja, und das ist ja Zeit, bis wir alle da wieder da sind. Wir müssen gemeinsam rumfahren, ne? Also gemeinsam ankommen, ansonsten jockeln wir da Stück für Stück alleine rein. Ja, Pans, äh... Kann auch immer mit. Lügt mich doch. Super Schädig, was ist denn das? Im 22, oder? Nee. Nee. Ich bin schon. Wir können nicht flexen. Wir sind seit Platz 1, also kann ich noch Schritte hier. Nee! Nein! Das sind so viele Flieger. Ich hab da nie mein Teil an. Keine Chance, die campen schon beim Eingang. Ich hab sie nicht gesehen. Über die Brücke, sofort. Einer links, einer rechts, ich hab sie nicht gesehen. Ich hab's nicht gecheckt, die campen da schon. Keine Chance, kein Problem. Ich werd' auch so frei gebunden. Nee, ich wurde auch schon geschossen. Also, musst du besser aufpassen, ja? Boah, so viele Flieger hier, ey. Wahnsinn. Raudy, du bist... Willst du mich verscheißern? Bist du da hingefahren zum Stern, um mich zu blockieren, ne? Nee. Dann braucht man richtig kack. Willst du dir mit dem Flieger helfen? Ich hab'n Flieger mal. Nee. Vielleicht mal den Flieger runtergeschossen hat. Ich hab' auch draufgeschossen. Wo ist mein Flieger? Verdammte Scheiße. Scheiße, was drauf? Ich stecke raus. Fuck. Da, ein Ziel. Weggesnappt. Oh, da ist noch einer, äh, rechts von euch. Wo unser Spawnpunkt, quasi. Mhm. Ja, der schiesst auch auf mich die ganze Zeit. Hab' ihn. Mist, Stück Scheiße hier. Also, diese Dreckspawn-Kämpfer, der soll der Blitz beim Scheiß noch schlagen. Damit sie mit heruntergelassenen Hosen vom Scheiß aus purzeln. Da, Bitch. Da, so ist er richtig. Die miesen kleinen Drecks. Ich krieg' da, ich krieg' da... Aushänge krieg' ich. Bei dir? Nase? Eh nix. Ach, fick dich. Nur ein M22. Fast is down. Da kommt noch mehr von A an. Ich hab'n Luftschlag angeordnet. Immer in der Senke anfahren. Wenn's geht, Nase nicht zu hoch. Ansonsten sehen wir dich weiter. Aber wir holen A, das ist gut. Wir kreisen die Bitches ein. Das ist ein schnellfallendes Drecksdinger. Ich bin tot. Hab' ich. Na gut. Aber es ist noch mehr, gell? Die 42 hat mich. Auf der Brücke. Direkt auf der Brücke. Ich hab' die... Die Palmen! Diese Hurens-Fick-Palmen! Ich hab' ihn kritisch. Jeder getroffen hat mich aber nicht gereicht. Ach komm ey, bist du in der Scheisse? Der war etwas hoch. Hast du ihn? Sehr gut. Na gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Die japanischen Panzer haben versagt, was für eine Wüste ist. Da ist doch noch ein Panzer, oder? Ich weiß es nicht. Der ist tot, wenn er brennt. Also meistens wenn die so brennen, so stark brennen. Ah, das ist nur ne... Nur ein Scheiss. Ich muss unbedingt ins Cap, weil ich brauche Munition. Ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr mit einem MG testen, ob der noch lebt. Funktioniert aber auch nicht immer. Ich hab sechs Panzer erledigt, diese Runde. WTF? Dieser Camper Arschgeigen, ne? Das ist so lächerlich. Die sind schon hinter uns wieder. Die sind rumgefahren. Ich muss nur kurz Munition einladen. Man darf sich echt nicht bewegen, sonst nimmt man keine Munition auf. Nasi vor dir. Nasi, vor dir. Schieß! Auf die Mitte. Ja, Kürmchen. Schieß zurück von der Gans. Weil da kommt noch ein zweiter. Ja. Passt nicht so schnell um die Ecken fahren. Ja. Am besten immer vor der Ecke anhalten. Am besten immer vor der Ecke anhalten. Und mit der Kamera nochmal gucken. Ja. Und wie Lumi macht. Und wie Lumi macht. Ich weiß, das sagt der... Der schon raus ist. Der sagt der Typ, der erstens schon raus ist. Sonst fällt es mal rein. Ja. Aber... Das ist meistens so. Ich hab ein anderer ein bisschen mit. Na, ich warte. Ich weiß nicht, ob man sich von hinten überrascht wird noch. Ja, da sollten eigentlich genug von uns stehen. Die Munitionieren nur gerade auf. Kleine Stummelkanone vom Panzer 3, ne? Ja. Was mir übrigens total gut gefällt bei Warfare auf einem Panzer-Montell ist, dass die erstens... ...total... ...rostig sind hier und da. Dass die Bleche verbogen sind, quasi. Mhm. Und halt, dass die Parten ja halt... ...lose sind. Ah genau. Weißt du. Das Problem ist, die rushen halt jetzt nach vorne. Wieder wie die letzten Horsti. Anstatt, dass sie den Feind zu sich kommen lassen. Fahr mal weiter, genau. Fahr mal weiter fahren. Christopher. Kind ist. Nichts jetzt da. Ah shit. Der wurde erledigt. Woher wurde erledigt? Direkt Frontal. Vor dir, vor dir! Ja, ja. Ja, ich mein Schütze ist weg. Du steuerst von mir im Fall. Hat mich jetzt etwas erschreckt. Aber wir verlieren auch wieder. Ich kann mich nicht bewegen. Geil, dass Arbel wieder oben war. Aber die gucken immer noch, sonst brauchen wir ein Punkt. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Der ist direkt neben mir, ne? Oh mein Gott. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Ich kann so weit holen. Ich komme nicht so schnell. Komm, dreh ein Turm. Wir haben ihn. Ja, sei gut. Das ist dringend. Oh. What the fuck? Was der Panzer alles überlebt. So bist du übrigens auch der Rache wieder vor. Dass du auch nicht bist, wenn du im Rauch stehst. Ganz einfach. Ja, vor uns ist doch ein... Ah nein. Da muss doch einer sein. Wo ist denn der scheiß Panzer hier? Wo ist denn der scheiß Panzer hier? Ich bin vor dir. Nein! Ziel unbeschädigt! The fuck. Gut. What the fuck. Was der Panzer alles überlebt. Uff. Ich verstecke mich hier vor Artilleriefeuer. Oh man, reparieren. Was der Panzer alles überlebt. Das ist doch unmöglich. Das ist ein Monsterpanzer ist das. Oh. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weil sie Prime mit Fimmel-Munition beschossen haben. Freut, dass ich das am Fernseher überlebt. Fimmel-Munition. Frechheit hier. Seid vor, dass du mich in die Rosen fährst. Dann sehe ich das ganz anders aus. Mhm. Oder der weiß, wo er hinschießen muss. Ja. Also das mit dem Smoke ist echt Lebensräter. Ja, die Autos sind konsistent. Oh. Oh. Hat der ja jetzt vorhin die Kanone weggeschossen, oder? Ja. Die haben ja den Schützen weggeschossen, das Löder. Später ist die Mechanik so geil. In Wolfgang, ne? Ähm. Wenn es die Nachtsichtgeräte gibt. Und die Wärmewildgeräte, ne? Gibt's ja später da. Ja. Wenn du in den Smoke zunimmst, dann sieht man dich im Wärmewildgerät nicht. Weil der Smoke ja heiß ist. Aber nach der Zeit wird er kalt. Also er kältet quasi. Er kühlt ab nach der Zeit. Und dann sieht man dich aber auch wieder im Smoke. Ja, gut gemacht. Ja. Das ist cool, oder? Ja, das ist ja kein fein Kamerobotus gibt, oder? Gibt's mit C. Ja. Also während du fährst, siehst du ihn mit C. Ja, aber wenn ich jetzt Zuschauer-Modus bin nicht. Mhm. Dann gibt's keinen Wartmodus, nein. Aber eins der lustigsten Gefährte war ich und Sharky in der Nacht. Ohne Nachtsichtgeräte oder irgendwas. Ja, das war geil. Auch realistisch, oder was? Vor dir. Vor dir. Ja, hab ihn gesehen. Da muss nur noch rumkommen. Der schiesst so schon auf dich. Der hat schon geschossen. Und dann gekritzt. Ist er tot, oder? Jetzt ist er tot. Aber da ist noch einer, ne? Da war einer, ja. Na? Er ist abgelenkt, wenn's mich nicht täuscht. Ab ihn. Ja, gut. Das ist ne Monsterrunde. Das ist echt ne Monsterrunde im 2-3. WTF. Zehn zerstörtert. Ich hab uns alle von anderen carryen lassen. GZ, GZ. Mr. Prime. GZ, GZ. Das war ne Monsterrunde. Mhm. Holy moly. Das hagelt. Und ich hab was bekommen. Ich hab ein Winter Camouflage geschenkt bekommen. Was ist das? Wo cool direkt drauf machen. Aber, ja. Bestes Spiel hier. Ich hab mir ein Tarnungen geschenkt. Winter Camouflage ist drauf. Beste Spiel sagt er. Na gut. Muss man speichern? Muss man speichern? Oder ist das automatisch drauf? Ja. Was? Ne, hast du drauf gemacht. Hexi, Hexi. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bei mir auf dem Kanal. Wir sehen uns dann morgen mit neuem Schabernack wieder. Ja, ich weiss nicht, was wir morgen machen. Ich glaub, heute Vorschubst oder sowas hier nicht ist. Echt der Freitag? Der Donnerstag erst du Spätschicht und dann schil ich meine Freundin auf der Couch. Die hat das verdient. Achso. Ne, ne, das ist ja in Ordnung. Freitag. Freitag im Suf. Dann morgen noch mal warfahlen. Morgen Abend. Und Freitag heute Vorschubst. Ich würde gerne Bescheid sagen. Also ich wäre dabei. Ich versuche noch irgendwie ein paar sinnvolle Sachen hier zu scryden. Du meinst den Russen hochspielen? Weiss ich noch nicht. Vielleicht mal USA. Ich weiss nicht. Nein, keine Alliierten. Oh ja, Alliierten ist gut. Auf 20 Uhr. Auf 20 Uhr. Sehr gut. Ja. Gucke ich mal, wie fein ich bin. Hast du noch Bock? Jetzt noch Nasi? Ja, klar. Können wir gerne noch ein paar unten fahren. Kauf dir Premium Nasi. Hab ich schon. Echt? Dachte ich nicht. Ich muss auch Premium kaufen. Kauf dir Premium Prime. Ihr Arschgang. Ihr seid doch ja Arschgang. Aber ich bin so selten Vorwander, dass ich mir immer quasi nur einen Tag Premium. Guck mal. Weil ich noch 4.000 Golden Eagles auf dem Konto habe. Mir ist gar nicht so teuer. Guck mal. 30 Tage kosten 1.900 Golden Eagles. Das ist? Golden Eagles. Ich sag dir jetzt mal. Shop, 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 shop. In dem Shop? Nein, nicht in dem Shop. Die sind sogar jetzt in Aktion, oder? Ja, in dem Shop. Wenn du auf Online-Shop gehst. Ja, Mann. Wenn du 25.000 Golden Eagles kaufst, dann sparst du 31 Prozent. Das kostet nur schlappe ... Erlädt ... 114 Euro gekauft. Easy. Nee. Aber so. Das ist nicht für das Golden Eagles, Alter. Ich finde gerade einen Shop für Golden Eagles. Ja, aber ... Ach, gerade. Golden Eagles. Also. Golden Eagles 2500 kostet nur 16,50 Euro. Gar nicht mehr. Für 16,50 Euro kriegst du ... 30 Tage Premium plus noch ein bisschen was. Oder für 12 Euro ... Nein, für 13 Euro. Ich kann auch den Premium-Account kaufen. Für 60 Tage, 20 Euro. Ja, ja. Das ist ... Das ist immer mal schauen. Es gibt ja Special Offers. Da gibt's auch Panzer dazu. Und kriegst ja auch ... Und Charmin. Gibt's gerade, oder? M4 Sherman-Pack für die ... Was sind das? Chinese? Ja. Unten ... M4 A1 ... A1 ... FL-10 ... Pack. Für den 20. Die sind halt alle so hässlich. Einfach hässlich. Das ... Das kann man nicht schön reden. Diese Panzer. Die M4. Ja. Chat. Stream. Danke fürs Zusehen. Schönen Abend noch. Wir sehen uns die Tage. Freitag. Warships. Vielleicht fahre ich Donnerstag auch einen Sprung mit. Ein Stündchen bei Schalki. Vielleicht. Weil's einfach cool ist. Ciao. Tschüss. ein bisschen zu tun. Das. Ihr. Water.